Herzlich Willkommen, ich darf euch herzlich begrüßen im neuen Haus der Musik 2.1 in Leibniz. Ich bin der Nachfolger vom Musikhaus Czermark. Der Arnold hat das großartig über 21 Jahre an dem Standort geführt. Und nun darf ich euch in meine Welt, so klein sie auch sein mag, begleiten. Schaut euch das einmal an, was man da gemacht hat. Hier sind die neuen Abteilungen des Pianos. Dann haben wir da hinten ganz tolle Western-Gitarren, der berühmtesten Hersteller. Die Baggerbuben sind auch da, die dann gleich aufspielen. Dann haben wir Daniel Düsenflitz. Auch der Nachwuchs lauscht schon die Geister. Ein begadeter Harmoniker, Artist, Virtuose, Daniel Sommer. Und dann haben wir den neu gestalteten Kassenbereich. Da sind meine weltbekannten Instrumente aus Carbon, die auch mit dem Topmodell den Namen meines Vaters, Tony Mayer, ziehen. Und über 30 Kremi-Gewinner spielen auf Instrumenten von unserem Hause aus der Schweiz genannt. Der Carbo und auch diese sind hier natürlich zum Testen und Ausprobieren. Und hier haben wir noch weitere. Zekannte Hersteller der Firma Yamaha. Und Wacht. Saxofone und Essbögen haben wir aus Carbon hier, damit man das auch einmal vergleichen kann. Damit man dieses Instrument wirklich ausprobiert und mit der alten Technik, mit der neuesten Generation unserer Carbon-Technik vergleicht. Und dann geht's weiter. Hier, wo die Gäste sind, haben wir eine Rollstuhl, die wir hier vor Ort filmen. Und da haben wir unsere Harmonikas. Und jetzt schauen Sie, da haben wir hier gerade unsere Kollegen. Und da ist die TV-Ecke, wo auch die Leute, die wir hier vor Ort filmen, können sich dann selber anhören. Das ist mein kleiner Sohn, der Stefan Mayer, der heißt auch so wie ich. Und der wird dann vielleicht einmal in die Fußstampen treten und dann wirst du da verkaufen, wenn du möchtest. Und dann sind die Harmonikas der Firma Strasser und mein Filialleiter, der Herr Sammer, der hier dann vor Ort werkt, ist Österreichs jüngster Harmonika-Baumeister gewesen. Und der war ja zehn Jahre der Leiter der Qualitätssicherungsabteilung der Firma Strasser. Und der ist heute verantwortlich für den ganzen Shop hier. Und ich werde nur einen Tag in der Woche, wahrscheinlich Montag, hier vor Ort sein. Und ihr könnt uns finden an der Marburger Straße 24 in 8430 Leibniz, gegenüber vom Werk Umdasch, gegenüber auch Mazda, Marco. Backaburnzeit, da tanzen alle voller Freid, weil heit ist Backaburnzeit. Ja, ja, ja. Das sind die Dauerschmühe da, gell? Alles gut. Die Jungs singt gut, großartig. Hier haben wir Familie Gräsch, Otto Gräsch, ehemaliger Besitzer und Eigentümer, Erfinder der Firma Reimus mit seiner leider verstorbenen Gattin, der Angelika. Heute ist seine neue Lebensgefährtin, die Edith, an seiner Seite. Und wir lieben sie sehr und genießen die gemeinsamen Stunden. Sie ist eine Göttin in der Küche und auch in anderen Bereichen, die ich nicht nennen darf. Und freu mich, dass diese Legende heute meiner Einladung gefolgt ist und hier mit uns ein paar Stunden verbrennt. Zwei, drei, vier! Ist der jetzt ein Idiot? O ein bisschen zufangen. Und ich bin auf der Hö, und ich bin auf der Hö, Halloween, ja, entstückt. Roma, liar, hallo, rau, 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 k—— X, breach. Roma, hola, rau, 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 rau. Danke! Musik Tag vom Trupp Schein Pfotter für die Zuckertausche. Ich brauche den Trauch. Sähh. SäHHHHHey. Musik Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.